hier alle leute und was geht ab hier ist ein schiefkrieger hier ist ein zweiter Part von DC universe online du 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 und der jahr jetzt kann ich auch die ganze Stadt erkunden also kämpfen wir mal gegen die Ganoven hören uns ein paar Lieder an also es soll nur ein Spaßparteien also nichts besonderes aber es sollte wenigstens mal zusehen dass man sich das spieler ich kenne ich kenne die ich mein Krieg für die Schmerz ich gehe jetzt mal zum gelben Fall, guck mal was da abgeht einfach mal einfach mal einfach mal die Sonne scheint, erwache mit unserem Feuer und Eis Eiscafé bei Sundollar scheint immer die Sonne du wirst dran glauben müssen gut gut was ist los ich habe nichts getan jetzt soll diese Fledermaus hier mal aufkreuzen ich rieche frisches Fleisch boah, diese Typen da drin im Spiel ja, dachte ich krieg jetzt Schläge Sie sagen mir nichts Psst. Ich überwache diesen Schuppen such dir ein eigenes Dach ja, 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 ja ich kann wenigstens fliegen hier ein komischen Kräften kannst du nichts gegen mich machen die Schmerzen seine Kraft nicht auf das Pfeifen achten Leute ich muss jetzt mal irgendwo hier in die Ecke äh was muss denn... ja... was muss denn jetzt machen? ich bin hier schon in der Stadt gewesen das hier hat nichts mit dir zu tun ok er wollte mal eine neue Kraft ja aber wo sind denn die Dealer hier im Spiel? Wo sind denn die Dealer? verstehe ich nicht... aha da ist einer, der Razor ist in Nilo Alter was habe ich denn hier? da habe ich... da fehlen jetzt noch ein paar Winniere HIPFER-Straße 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 was? es ist der scheiß Typ mit dem LMG ich wollte nur zu dem da hinten ich wollte nur zu dem da hinten das jetzt da leute hat er wir verfolgen wenn wir das Leben ganz gut sie wissen dass ich ein Kopf Aber du könntest durchkommen und dir für mich diese Terminals ansehen. Okay, das ist irgendwas mit Distrikt-Massig-Stick. Hörst du was? Schau, die Verschnecke. Okay, ich lasse einfach mal mit. Guck mal, was da abgibt. Schau da schon auf den Hof, Leute. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Noch einer. Okay, wie sieht es aus, kann man es nicht in den Nehmer auch. Komm, 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 komm. Aha, hier ist ein PC. Da angeht schon, komm. So. Du hast gerade den letzten Fehler deines Lebens begangen. Der Saft zeigt seine Kraft. Ich glaube, hier ist der Schöchste. Okay, hier ist gar nichts, ne? Boah, dieses Ding ist nicht gestrackt. Man kann ja nie wissen, wenn man sowas braucht. Hey, du! Ich bin nicht gestrackt. Das hat wirklich viel getan. Was ist los? Okay, weiter geht. Ah das ist ein Schlimmes Typ, ich weiß nicht, ich weiß nicht Ah das ist schon tot Okay Ich rieche kaum Ich hätte nicht sterben Aber du Nein, 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 Leute, Leute, Leute Okay Hast du mir jetzt schon noch vorgestellt Ah hier, Computer Was habe ich denn noch zu veröffentlicht, mach ich mach das jetzt Oh ne, Geime Box Items, Items, Items Okay Noch zwei warten auf uns, Leute, noch zwei Okay 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 Ich brech dir das Kreuzmann, genauso wie Bane es mit der Fledermaus gemacht hat Außer als könntest du etwas hier Hoho, das macht jetzt mehr, das wird etwas Spaß machen Hey ah fuck lass mich doch hoch oh fuck ey Leute da haut mich immer k.o. man kann mir ja nichts machen du hattest glück du Penner mehr nicht ich dachte ein bain wäre schlimm genug okay 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 aber ich möchte es schlimmer vorgestellt auch wenn ich erschien war ja leute damit würde ich sagen dass er ein paar von DC Universe aber jetzt und das mit der nächste Part machen muss man mal gucken da ich das als Spaßspielspieler also nur zum das Verfahren also nicht vergessen Ghost kommen noch und noch ein paar von Knäck also drei Sachen kommen heute noch also das der Knäck Ghost ja okay danke und dann wir sehen uns dass der Knäck